also guten morgen freunde und zwar ist es hier mega windig und zwar habe ich hier ein parfüm set von gammon und das ganze möchte ich euch heute vorstellen das ist nur ein test sind vier verschiedene düfte drin natürlich fresh am start mit einer deadstock hose mit einem gucci stripe hier an der seite und den und dazu auch ein passender hoodie und zwar ist dieses paket von gammonen hier in diesem karton gekommen sehr brechlich steht auf jeden fall drauf es ist auch auf jeden fall nichts passiert erst mal sagen wir machen das ganze auf und hier drin befinden sich dann die test also wie gesagt ich habe hier von gammon 2 test das jetzt bekommen ich habe sie mir gekauft ihr seht hier ist auf jeden fall eine edle verpackung befinden sich dann die vier dürfte und zwar sind die dürfte von 1 bis 4 gekennzeichnet durch 1 2 3 und 4 und zwar gibt es dafür natürlich verschiedene anlässe wie man unschwer hier darauf erkennen kann die vier wird zum beispiel ja der black hoodie die 3 der lederjacket wenn ihr mit der lederjacke unterwegs seid hier die 2 the black suit wenn ihr ganz edel mit dem anzug am start seid oder hier die black tee wäre die 1 ich muss schon sagen ich habe natürlich alle vier schon getestet und ausprobiert eins und vier sprich der erste und der vierte duft sind ja ganz normal nichts besonderes wenn ich jetzt mal so sagen da drei ist auf jeden fall mein favorite die drei ist richtig geil kriegt auf jeden fall sehr sehr gut kann ich euch nur empfehlen und die zwei geht auch voll klar ich muss auf jeden fall sagen sind sehr gute dürfte ich werde mir auf jeden fall die drei eventuell auch die zwei als parfüm dann holen wie gesagt das sind ja nur test das jetzt könnt ihr euch auf jeden fall bestellen kostet 16 euro ich mein 16 euro könnt ihr das auf jeden fall testen wie gesagt wenn euch das video gefallen hat lasten leiter bestellt euch die düfte von gammon und folgt mir auf instagram peace bis zum nächsten mal